Jetzt passiert gleich was. Achtung! Erschrecken! Nichts? Okay. Alter! Ich muss mich mal kurz zurücklehnen! Ich war ja nicht mehr schön, was die da mit mir machen. Das Spiel hat's echt in sich, muss ich schon sagen. Ich hab Nightmare House gespielt, das hat mir wirklich nicht so viel Panik gemacht. Slender hat mir nicht so viel Panik gemacht, das Spiel hat's echt in sich, muss ich sagen. Das hat's echt in sich. So, es geht weiter. Okay. Komisch, jetzt fängt hier wieder an, so Psycho-Kacke hier beim Fahren nichts passiert, aber jetzt wieder. Ich muss hier irgendwo sein. Irgendwo. Was ist das denn hier? True blocked, well. Third floor. Okay. Third floor. Das kriegen wir hin. Oh, danke, 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 danke. Dafür bin ich euch echt dankbar. Okay, nehmen wir wieder die Pistole. Okay, wieder Munition, das ist gut. So, wo bin ich hergekommen jetzt? Bin ich ein bisschen durcheinander? Von hier bin ich her. Die Musik. Die Musik. Damit ihr die auch mal hört, wie krank die Scheiße hier eigentlich ist. Okay, da ist was. Warum sind überall immer so Boxen? Munition. War ich hier schon? Ich glaube. Floor 1. Warum kann ich nicht direkt woanders gehen? Pfff. Ich muss noch einen anderen Weg finden. Boah! Ah! 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 Äh! Alter! Deswegen kam das um die Hacke geschossen. Mein Herz. Habe ich einen Leichenhaufen? Oh, der lebt noch. Grunsehund. Wie soll man da Munition sparen? Die Viecher halten alle so viel aus. Mich fett. Day Room. Tagesraum. Wahrscheinlich so eher Aufenthaltsraum, wohl besser gesagt. Okay, hier. Parmessi. Keine Ahnung, was das heißt. Police Line. Oh je. Da ist überall nichts. Nichts, nichts. Ja, ich bin wieder klug. Ich verschwende meine Munition. Sinnlos. Exam Room. Und die Munition. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir hier was wieder entgegengeschossen kommt. Woher soll ich denn das jetzt wissen? Okay. Ja, das habe ich schon immer gehasst. Ja, das habe ich schon immer gehasst. Sam Room. Jetzt müssen wir schauen. Das sind keine Zahlen. Vielleicht hier irgendwo. Das sieht ja mal alles appetitlich aus. Sehr gesund. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ich habe... Nein, das würde nicht passen, die Zahl. Da geht es nicht rein. Da war was im Bad. Okay. 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 Hat geklappt. Der blutet mich an. Der hat noch mehr stecken. Der hat eine Schere. Ein... Gottes Willen. Das Spiel ist krank. 2, 6, 5, 2, 0, 6. Ich habe so das Gefühl, ich sollte mir das am besten aufschreiben. Als ob wir die Zahl hier nicht gleich brauchen. Nee, ich schreibe mir die Zahl auf, geschwind. 2, 6, 5, 2, 0, 6. Alles klar. Dann schauen wir mal, was das Spiel noch für uns zu bieten hat. Bis jetzt ist in den Schächten nie was passiert. Das wundert mich ein bisschen in dem Spiel. Normal sind Schächte das Schlimmste an solchen Spielen. Scheiße. So. Hüssa, hüssa. Ah, okay. Dann müssen wir wieder mal rüber. Na, komm. Dann machen wir doch erstmal den richtigen Weg. So. Machen wir das Licht aus, sparen wir es ein bisschen. Schade, ich habe gedacht, ich schieße es gleich mal um. Das fällt eh von selber, glaube ich. Ja. Alles klar. Schauen wir mal. Was ist das Spiel wieder für uns? Okay. Erwischt. Floor 3. Da sollten wir hin. Okay. Das sind wieder solche Krabbelspringer. Das Licht flackert. Wow, der kommt durch. Okay, tot. Das sieht so komisch aus. Das sieht richtig, richtig krank aus. So wie als ob der in diesen komischen Kasten da so eingepflanzt wurde. So richtig daraus wächst. So, in etwa. Okay. Mach mir mal das Licht aus. Es scheint bald auszugehen, nämlich. Boah, hab ich mich erschrocken. Du musst alles nach dem Basement gehen, während der Konstruktion. Okay. Ich hab gar nichts verstanden, weil ich mich vor seinem Gelaber erschrocken habe. Okay. Hier ist aber wieder mal nichts. Der Plan des Montreal Bloop. Ich hab das noch nicht verstanden, weil ich nicht verstanden habe. The plan this month is to renovate the 3rd floor, fixing the wiring in the rooms with heavy machinery. Renovation of the flooring is also a target to the movement of the x-ray and other heavy machinery causing tile damage. To begin walking on the 3rd floor all old documents from the archives are going to be moved to the basement level storage hazard. You must fix the hole in the storage room that leads into the basement. Ok, there must be somewhere... Storage... Third floor... Da bin ich hergekommen... Da bin ich noch... Doch, da war ich... War ich hier... Batterie... Hm... Okay, ich glaube wir müssen wieder zurück... Basement... Tut es was... Was war es für ein... Basement Level... Jetzt schauen wir... Warte, ne da war doch... Ja... Wir müssen auf jeden Fall zurück, sonst hätten die die... Kartons da nicht so aufgestellt, dass man da wieder zurück kann... Würd ich mal behaupten... Basement... Was war das? Basement... Ich finde, das sieht hier schon auffällig aus, muss ich sagen. Aber hier geht nichts. Oh, Mist. Wie steht da wieder da. Special chemicals. Da scheint auch nichts. Police blablabla. Nee. Xerbu. Der Raum, finde ich, sah jetzt schon komisch aus. Mit den komischen Fliesen und so. Bart. Bart ist aber nichts. Wir schauen mal. Was ist das? Dokumente. Dokuments. Das macht alles nur Kuck, aber da steht nicht dran, dass man es nicht öffnet. Also, das ist so, versteht ihr? Der Typ an anderen ist jammed oder sowas. Xerbu. Da ist auch nichts. Locker rum. Hier ist die Unkleide. Da ist aber auch nichts. Zurück kommen wir nicht mehr. Rezeption. Da geht nichts. Da geht nichts. Hier. Und da ist nichts. Okay, Leute. Ich komme jetzt noch nicht weiter. Ich gucke jetzt auch nicht überall hier zu Mega. Ich würde sagen, das war es jetzt auch erst mal. Von Let's Play Grey. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bei Let's Play Grey. Und dann würde ich sagen, tschau Leute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Tomatenagente.